Scheiße, das ist aber wirklich wahr, du hast da reingepisst. Ich hab reingepisst, ja. 98.8, Kiss of M, ich bin Gisem, neben mir Waisel, hallo. Hi, wie geht's? Gut, wie geht's dir? Auch ganz gut. Waisel, du bist Rapper, kommst aus Essen, hast auch aktuell dein neues Album Hitman am Start. Aber einigen dürftest du auch bekannt aus der TV-Serie 4 Vlogs sein. Da spielst du nämlich eine Hauptrolle, Abbas Hamadi. Ayua. Ähm, der Name der Serie hat auf jeden Fall im Vorfeld so in der Redaktion für einen Wortspielanfall, sag ich jetzt mal, gesorgt. Und ich hab auf jeden Fall alle Wörter aufgeschrieben, würde dir jetzt einzeln immer ein Wort vorlesen. Und du kannst einfach mal sagen, was dir so spontan zu dem Wort einfällt, was du mit dem Wort verbindest, was du irgendwie damit assoziierst. Okay. Okay, also es geht los. Dein erstes Wort ist Bibi Blocksberg. Kassetten. Hast du auch damals gehört, so als Kind, so vorm Schlafengehen? Nein, aber ich wusste, dass es die auf Kassette gibt. Bibi Blocksberg ist eine bekannte Hexe. Sie war vor allem aber auch bekannt dafür, dass sie Leuten, die es ihrer Meinung nach verdient haben, einen Streich zu spielen. Ja genau, die Leute, die böse waren, hatte ich glaube ich immer so, das war so wie so Bibi Landstrumpf-Prinzip. Genau, hast du schon mal irgendwen so einen ganz, ganz krassen Streich gespielt? Ja. Hab ich. Wem und wie hast du Bock, es mal so zu erzählen? Soll ich die Geschichte erzählen? Gerne. Ehrlich, die originale Geschichte? Voll. Okay, ich erzähle dir. Ich war in einem kleinen Garten, also diese Häuschen, was es auf Spielplätzen gibt. Ich war jung. Ich will jetzt nicht sagen, wie jung. Ich hab gekifft, ja. Dann kam so ein Älterer, den wir dort aus der Gegend kannten und der war so ein Unterdrücker ein bisschen, ja. Und der hat einfach so aus dem Weiten mit einer Gaspistole, ne, in das Häuschen geschossen und ich war voll unter diesem Gas, voll am Husten, dies und das. Alter, das hat mir so auf meiner Brust gelegen, so. Ich hab gesagt, ich muss ihnen das heimzahlen, so. Und so ein halbes Jahr später, die haben eine Party gemacht unter Freunden und ich hab gesagt, so, ich hab noch eine Rakiflasche mit Orangensaft bei mir, ähm, äh, bei mir zu Hause. Mehr als die Hälfte voll. Und dann hab ich einfach, und es war nicht so, ich hab einfach so ein bisschen, war das so, keine Ahnung, wie viel das jetzt ist, ich hab reingepisst und, ich hab reingepisst und hab Orangensaft noch reingetan, das ist so, dass man das nicht checkt und ja, und die haben es getrunken, bis auf den letzten Tropfen. Scheiße, das ist aber wirklich wahr, du hast da reingepisst. Ich hab reingepisst, ja. Hat das irgendjemand gemerkt? Nee, das hab ich auch spät, nachdem die Flasche leer war, hab ich gesagt, so, ihr habt meine Pisse getrunken. Oh nein, und dann? Hä? Wieder ausgekotzt. Das weiß ich nicht, auf jeden Fall, die wussten es beschäftigt, das hast du jetzt davor, weil du das letzte Mal gemacht hast. Krass, also ich glaub, der wird für sein Leben gelernt haben, nochmal legt er sich nicht mit Waze an. Nein, Mann, auf keinen Fall. Okay. Wollen wir mal zum nächsten Wort. Okay. Blockhaus. Steak? Gehst du auch gerne in Berlin essen, wenn du mal in Berlin bist? Ja, aber nicht jetzt, Steak kann man überall essen. Wenn ich in Berlin bin, geh ich mehr so, so, und so, also was wie, so türkisches Essen, kurdisches Essen, sowas. Aber hast du so einen Tipp für uns, wo man auf jeden Fall hingehen könnte, wenn man in Berlin ist? Also diese, was man so zu Hause von Mama kennt, da gibt's einen Laden, der heißt Merjan, der ist an der Wiener Straße und vielleicht kennen die meisten, also ich find den auf jeden Fall gut. Ich kenn den auch, also vor allem Mantel schmeckt da sehr lecker, kann ich auch nur empfehlen. Äh, Blockbuster. Ecofriss, eine Serie. Hast du irgendeinen Lieblingsfilm oder irgend so einen Film, den du immer... Serie geht auch? Ja, Serie geht auch. Sopranos. Ist eine Mafia-Serie, ja? Ja, mit James Gunn-Dolphini. Er ist aber schon tot. Müge Gott, seine selige Mönchigkeit. Okay, Blockunterricht. Boah, den hatte ich nicht. Ich kann, ich kenne, ich weiß den Begriff so, dass man so in bestimmten Zeiten nimmt, so, so, und dann ist erstmal Feierabend und dann geht später weiter, so ein Blockunterricht. Heißt das sowas? Genau, ja. Ja, aber hatte ich nicht. Aber bist du generell, wenn du jetzt mal so an deine Schulzeit denkst, generell irgendwie gerne zur Schule gegangen oder? Manchmal bin ich sechs Monate gar nicht gegangen. Und dann, was ist dann passiert? Ja. Schulversäumnis, Anzeige? Anzeige nicht, aber so Versäumnis und so Androhungen, dass ich rausgeschmissen werde und so. Ist aber ab dem Ende nichts passiert? Doch, bei ein, zwei wurde ich rausgeschmissen, aber so, aber ist ja schon lange her. Freunde, immer fleißig zur Schule gehen. Auf jeden Fall. Nicht sechs Monate. Habi machen, alles machen. Ich war ein bisschen Problemfall, aber ist ja nicht jeder so. Problemfall ist vielleicht gut, weil das nächste Wort wäre Blockade. Was fällt dir da ein, wenn du Blockade? Schreibblockade war, also bevor ich das Album jetzt hier Hitman geschrieben habe, war ich davor so zwei Jahre in so einer Blockade. Aber das ist auch was mit privaten Hintergründen, so Familie und sowas und ja, deswegen hatte ich zwei Jahre ehrlich keinen Kopf für sowas. Zwei bis drei Jahre. Und wie bist du letztendlich aus dieser Blockade wieder rausgekommen? Weil zwei bis drei Jahre ist ja schon eine lange Zeit. Was hat dir am Ende geholfen? Den inneren Schwein uns besiegen. Nächstes Wort wäre Blogger. Das sind die Leute bei YouTube, ne? Oder Instagram. Ach, sind wir dann auch Blogger? Weil wir Sachen so posten. Also eigentlich irgendwo schon, ne? Irgendwo schon. Weil eigentlich, also man ist auf jeden Fall ein Blogger, wenn man kontinuierlich etwas postet und vor allem aus seiner persönlichen Sicht. Ich bin nicht ein absoluter Blogger. Und aber vor allem so Dinge aus seiner persönlichen Sicht einfach nochmal wiedergibt. Dann, glaube ich, ist man einfach ein Blogger. Also ich gehöre dann auch auf jeden Fall zu dieser Blogger-Community. Folgst du irgendeiner Bloggerin oder so bei Instagram? Glaub nicht. Blog-Schokolade. Hm, ist das nicht die Tafel? Oder ist das die, wo das zum Kochen benutzt wird? Genau, die wird zum Kochen benutzt, ja. Ja, dann gut, dann machen wir noch mit Pudding. Hast du schon mal so einen Schokopudding gemacht? Nee, aber ich habe zugeschaut, wie einer gemacht wird. Kannst du kochen? Männerme. Männerme? Also Männerme ist der Dings. Männie, Män. Nein, nein, das ist Dings. Eier mit Zwiebeln, Tomaten. Und dann grüne Bibel, Bibel, sag ich mal, so Paprikamäßig. Ja, so. Männermein geht immer, wa? Erst anbraten und dann die Eier. Und dann mischen. Blockflöte. Blockflöte. Ist das nicht ein Instrument? Ist ein Instrument, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe ein-, zweimal Musikunterricht damit was zu tun gehabt. Aber war nicht so mein Instrument. Also ich war mehr so diese mit, ähm, wie heißt das? Telefon? Heißt das so? Ich war mehr der Telefon-Typ. Kannst du irgendein Instrument aktuell irgendwie spielen? Hm. Äh, wie heißt das? Wie heißt das Ding? Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall nicht, wie es heißt. Aber das Rasseln, das konnte ich gut. Da muss man ja nicht viel können. Da muss man nur ein bisschen den Takt treffen. Ja, und außerdem kannst du ja eigentlich auch rappen. Eigentlich. Eigentlich kannst du, eigentlich rappst du ja auch. Eigentlich kann ich auch fliegen, nur keiner weiß. Ja, dein aktuelles Album, Hitman, ist auf jeden Fall am Start. Am Start, dritter Elfter, jeder weiß Bescheid. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Album. Dankeschön. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier, gib ihm eine Faust. Baba.